Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei DL2. Ja, ich kann mal ganz kurz die Sachen verkaufen. Natürlich vorher identifizieren. Das macht er ja immer gratis. Ganz gerne. Ja, 8000. Aber für mich ist das nichts mehr, weil es zu schwach ist. Also nicht mehr das, was ich habe. Nehmen wir runter. Das auch. Müssen umräumen. Das können wir kaufen. Mal kurz mal einräumen. So. Das hätte ich ganz gerne. Also die anderen Sachen dazu. Aber das haben wir noch nicht gefunden. Das sind Sachen, die man durch Super findet. Das Appenny. Sehr zu hohen, ne? Wir haben hier Feuer. Also Licht. Gleich mal ein Champion, ne? Ja, die Sachen tun mal ganz gut hier. Vielleicht bald noch eine Gerüstung brauchen, wenn es so aussieht. Weil die Gegner immer stärker werden. Aber das ist so. Ja, wir suchen das Herz. Woran erinnert mich das hier? An Gotik. Da, äh, überlege ich auch. Es gibt ja ein, oder ein D-Megrauch. Ein, äh, Spiel, was das andere zieht. Äh, ja, so wie hier die A2 kann man sagen, ne? Es gibt ja Gotik 1, 2 und 3. Für ältere Spiele. Und, äh, hier ein Gotik, äh, Remake. Also, so war es auch nicht das Gleiche. Wo halt, äh, Spiel war, äh, unter Windows 10 oder Windows 11 ist der Nächste. Und, äh, der Grafik angepasst, ne? Also früher gab es ja so eine gute Grafik nicht. Beziehungsweise die... ...und, äh, 4K... ...gab es der überhaupt nicht. Also Full HD, ja, mag sein. Ja, das gab es schon, Full HD. Aber HDR gab es nicht. Achso, okay. Gehen wir hier lang, ne. Das ist eine spezielle Truhe, die wir nur finden. Die Chill können wir eh nicht gebrauchen. Es muss mal Paladin sein, dann wird es gehen. Andere Eigenschaften, ne. Auch gut chillt, umgekehrt, aber wie gesagt, nur halt eine Voraussetzung, ne. Das finde ich auch interessant. Und. Und. Ich fahre mit dem Kainer. wir haben schon gefunden wir haben Das ist komisch. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist grün. Das ist grün. Aber irgendwo? Das ist schon mal komisch. Ich gehe mal zurück. Mal gucken, ob die Handschuhe passen. Das sieht so aus. Ja? Was anderes. Das ist was anderes. Das ist ein anderes Teil von einer anderen Rüstung. Gut. Die werden man teilweise verkaufen. Und weitersuchen. Gut. Ebene 1. So können wir sicherlich Ebene 2 suchen. Noch mal ausmachen. Ich fahre heute abends mal zur Orientierung. Sonst verhinde ich hier ein Loch. Das ist ein Loch. Ich warte mal aus. Ich warte mal aus. schau Komm, Eddie, komm. Rattennest. Ach, hier ist er. Arsch, hier. Ach, hier. Ach, hier. Arsch, hier. Das ist Ellie. Das ist Ellie. Die Power in der Fliegenklatsche. Können wir hier irgendwie weiter? Da und da. Gute Frage, ne? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir sind hier. Ich kann nicht noch mehr tragen. Gute Frage, ne? Ach, Gift. Wahnsinn. Jemand der Ecke suchen hier. Muss ja irgendwo runter gehen, das ist weit neben der. Ah, hier. Ne. Geht's wieder hoch. Gut, dann geht's hier unten weiter gehen, ne? So. Überall diese Wasserlöcher hier. Ich bin überladen. Ja, nix besonderes, ne? Nimm viel Platz weg. Das ist das ganze Problem. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ah, mir ist nicht mehr zu ziehen. Besser. Guten Tag. Wunder sind nicht so wertvoll, die Dinger, ne? Aber irgendwo... ...möchte die auch nicht abgehen. Da haben wir schon was besseres gefunden. Eine Stufe besser. Es hat ne vier Platz weg, das ganze Problem. Schlüssel, zehn, eins. Ich weiß genau, irgendwann muss ich die Dinge verkaufen. Wenn die Monster zu schwer wären. Wenn die Monster zu schwer wären. Ich muss nur sehen, dass ich das genügend... Geld zusammenbekomme, um irgendwas neues kaufen zu können. Es geht weiter. Ich muss nur auf den Weg gehen. Ebene 2. Das ist alles gar nicht cool. Ich muss auch nach dem Weg gehen. Auf den Weg gehen. Auf den Weg gehen. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Was ist das? Ach, sieh. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alles voll. Puh, komm mal ein schönes hier. Schlagstab, Speer, Getränk war noch ein bisschen. Getränk. Halttrank. Voll. Öffne mal eins. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ja, das ist jetzt so. Na gut. Wir haben das gute Stück. Oder? Oh, das ist gerade da oben. Ach so, jetzt. Dann machen wir hoch, ne? So, liebe Schauer. Ihr habt Kalims Herz gefunden und es hat noch immer den Mut, sich Mephisto zu stellen. Legt es in den Huradrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Auge, das Gehirn und den Flegel. Oh, kurz mal mitziehen. So, ein Rest wird verkauft. Das ist ja alles so, ne? Was machen wir morgen? Sag mal, tschüss, tschau. Von hier können wir wieder weitermachen morgen. Da ist noch ein weiter Weg noch. Also, wo lange nicht alles erreicht. Ja, noch einen schönen Tag für das Reinschauen. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Dann geht es weiter und wir suchen die Flegel. Kann ja ein bisschen dauern, weil ich nicht genau weiß, wo es ist. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter und dann werden wir uns auch finden. Tschüss, tschau. Und nochmal einen schönen Tag für das Reinschauen. Tschüss. Darstellação Das schnapps claimed Esere Und nachher visst Scheiß Toll Quell CK